Hey, hey, hallio Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, das Video kommt etwas später mit Absicht, denn dieses ist ja kein richtiges Gaming-Video heute, sondern ein kleines Infovideo in dem Sinne. Und hab mir gedacht, ich lass euch mal ein bisschen zappeln. Und zwar geht's darum, ich hab ja im letzten Video, hab ich euch gefragt, bzw. war das Sonntag, das war letzten Sonntag, das Video, mein Cam, hab ich noch gefragt, was ich spielen soll. Da gab's noch drei Spiele, Assassin's Creed 3, Binding of Isaac und Need for Speed Most Wanted von 2012. Und ihr solltet dann draufklicken und dort auf dem Video einen Daumen nach oben geben, was ihr genau haben wollt. Und da gibt's auch eine genaue Zahl, die guck ich jetzt mal nach, Moment. Auf jeden Fall möchte ich dazu sagen, dass Need for Speed Most Wanted gewonnen hat, auf jeden Fall geil, ich hätte jetzt eigentlich wirklich, ganz ehrlich gesagt, mit Binding of Isaac gerechnet, weil das ja zur Zeit übelst gehypt wird, oder es wurde halt übelst gehypt, ich weiß nicht, ob es noch so ist, ich verfolge diese ganzen Hype-Geschichten nicht so, da ich lieber das mache, worauf ich selber Bock habe und nicht, weil der Hype das jetzt einfach so zieht. Und zwar gab es genau auf dem Need for Speed Most Wanted Video, gab es genau 128 Likes. 128 Leute wollen auf jeden Fall, dass das gewinnt. Und auf The Binding of Isaac 21, ja, das ist natürlich schon ganz schön wenig. Und auf Assassin's Creed 3 haben 58 Leute geliked. Gut, das wäre dann sozusagen auf dem zweiten Platz, das heißt, ich werde alle drei Spiele natürlich spielen. Eventuell auf jeden Fall. Je nachdem, was dazwischenkommt, was ich dann in der Zeit noch an Spielen dazubekommen oder auch dazu hole. Aber auf jeden Fall Fakt ist, dass Most Wanted von 2012 gewonnen hat. Und das werde ich dann natürlich auch spielen. Ihr seht ja im Hintergrund jetzt schon ein bisschen, kann sein, dass es ein bisschen blöd aussieht. Da ich nehme die Tonspieler ja vor dem, äh, auf, bevor ich dieses Gameplay gemacht habe, ähm, muss ich nämlich sagen, es kann natürlich mit Most Wanted noch ein bisschen dauern. Eventuell sieht man das im Video, ich weiß nicht, wie ich mich da anstrenge. Ähm, ähm, das Spiel ist noch leicht asynchron. Also mein PC, ich konnte das früher mal spielen, ich hab das nämlich beim, ähm, Kumpel gespielt und so und hab das dann ja auch mal hier auf dem PC rauf gemacht. Und da war alles asynchron, es hat super gelenkt und jetzt ist das Problem, es ist asynchron. Es ist eine Millisekunde oder eine Sekunde, noch nicht mal eine ganze Sekunde, kommt der Ton, wenn man irgendwo gegenfährt, eher, und dann fährt man erst gegen. Das ist, ähm, ein bisschen, ist ja nicht so schlimm, aber das große Problem ist eigentlich, dass wenn ich zum Beispiel in einer Rechtskurve bin oder in einer Linkskurve, ist ja egal, aber ich mach's jetzt mal mit rechts, ähm, und ich lenke und man lässt los, fährt man ja eigentlich wieder gerade aus. Aber in dem Spiel fährt dann noch ein bis zwei Sekunden weiter nach rechts, weil irgendwie, entweder liegt das in der Funktastatur, aber irgendwie nicht, das liegt am PC, weiß ich nicht warum. Der reagiert auf jeden Fall nicht mehr so schnell. Ähm, da ich aber wahrscheinlich, wenn alles glatt läuft, ich weiß es nicht, wenn alles glatt läuft, vielleicht nächsten Monat mir den neuen PC bestelle, wenn ich das Geld so schnell zusammenkriege, dann, ab dahin wird's auf jeden Fall super laufen, auch von FPS her und so müsste es eigentlich, ähm, ab da spiele ich's dann definitiv. Ich weiß nicht, vielleicht krieg's auch vorhin, ich bin halt noch nicht ganz sicher, ich muss mal gucken, die ganzen Einstellungen und so, aber ich, es wird auf jeden Fall kommen. Ähm, sonst wird jetzt Sonntags entweder Minecraft kommen oder irgendwelche PvP-Videos, Bad Wars, 1 vs. 1 oder, ja, bin ich mir noch nicht ganz sicher, bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, aber damit ihr auf jeden Fall wisst, was Sache ist, Morse Wanted hat gewonnen mit 128 Likes und, ja, damit der Sieger haus hoch und, ja, Morse Wanted wird es sein. Und wie gesagt, ihr wisst ja Bescheid jetzt, was los ist. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich jetzt im Hintergrund, im Gameplay schon irgendwo gegen gekracht bin, gegen Autos und so, aber da wird ihr eventuell sehen, dass die Lenkung nicht, äh, gerade so ganz funktioniert. Ich weiß nicht, es liegt irgendwie an meinem PC, weil vorher, es war der gleiche PC, hat es halt funktioniert. Ich denke mal, weil er etwas älter jetzt ist über ein Jahr, dass er jetzt so ein bisschen, ähm, so ein bisschen rumspinnt. Ähm, was ich auf jeden Fall machen werde, was ich noch sagen würde, werde ich auch später ein extra Video machen. Ich werde später meinen PC verkaufen, ich werde den, äh, komplett alles runter machen, werde den, äh, eventuell neu aufsetzen. Ähm, alles mit Windows, es läuft alles, ähm, werde ich den dann verkaufen für, ich weiß nicht, 200 oder 150 Stunden. Euro, so, ähm, das heißt, wenn auch ihr vielleicht irgendjemand von euch einen PC sucht, mit dem man Minecraft zocken kann und vernünftig und so, und, ähm, ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, ich biete meinen eigentlich spottbillig an. Ich meine, der wäre wahrscheinlich noch 300 bis 400 Euro wert, aber das interessiert mich nicht. Ich bin froh, wenn ich das Ding los bin. Ähm, 200 Euro oder 150 Euro, dann ist das Ding weg. Also, wie gesagt, ich werde euch natürlich dann später auch Bescheid sagen, wenn ich das auf Ebay stelle, und werde das auch als Let's Play PC inserieren. Dann, und dann kann man den sich kaufen. Mal schauen, wer er zuschlägt, und, ja. Das war's jetzt auf jeden Fall von dem kleinen Video hier. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon wieder quatsche. Ich quatsche bestimmt wieder 5 Minuten, ja, 5 Minuten, aber das ist voll in Ordnung. Ja, ich bin jetzt erstmal weg. Ihr wisst jetzt über alles Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat und generell die Informationen auch noch mit dem PC, dann gebt einen Daumen oben. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet und ob ihr das kaufen würdet für 200 Euro. Ich meine, ihr müsst jetzt nicht halten hier, äh, viel zu teuer und so. Darum geht's nicht, aber generell, würdet ihr das kaufen oder nicht? Und wie ihr das findet, dass ich mein PC zum Verkauf anbiete und es euch sage. Weil, viele Leute hätten ja schon gerne etwas von einem Let's Player. Ich meine, ich bin nicht der größte YouTuber. Möchte ich auch gar nicht werden. Aber ich meine, die Sache, und wenn das irgendjemand von euch, ähm, ersteigert, der, ähm, mich kennt, der kriegt von mir auch, wenn man mir Bescheid sagt, auch noch eine Unterschrift drauf. Weil das ist nochmal extra oben drauf. Der Kale HD, zack. Ich kann nicht versprechen, das Ding wirkt keine Wunder. Das verbringt keine Wunder der PC. Aber zu Minecraft zocken und so ein bisschen, so reicht es auf jeden Fall. Ich kann damit Essence Street zocken und so. Also, ja. So, das war's jetzt auf jeden Fall. Wenn's, wie es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ja, ich rede heute ein bisschen ruhiger. Ich bin nämlich echt hundemüde. Ich bin kaputt. Ähm, na, ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen.